hallo liebe minecraft freunde von da und fährt und willkommen in einer weiteren folge let's play minecraft hier auf dem eldercraft server mit dabei der dave der da unten seht ihr ihn da ist er man kann sein name hallo da sagte hallo und der farm da und zusammen so wir sind immer noch dabei hier dieses kackbraun sorry schokobraun karamell streifen abzufarmen fürs auktionshaus und da freuen wir uns und weiter geht's ja wo wir gerade stehen in der diskussion wir hatten uns über werbung und da werbung gut finden und einige halt diese werbung einfach wahrscheinlich gar nicht brauchen das stimmt weil sie halt schon bekannt genug sind ja die möglichkeit ja das weil das ja eigentlich in dem sinne sogar werbung ist eure also eure youtube videos eigentlich schon wir stecken ja auch leute an nicht letztens ich habe besten beweise ich habe dich ja auch angesteckt ne 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 also doch teilweise eigentlich teilweise aber auf der anderen seite war es einfach nur zeitvertreib ich habe was zum zeitvertreib gesucht bis ich an meiner metropole weiter bauen kann weißt du wie blöd das ist wenn du tausende ideen im kopf hast du möchtest die gerne alle sofort umsetzen aber kannst es nicht aber du könntest ja was anderes machen du könntest ja jetzt also das argument lasse ich zwar auch gelten aber du könntest du könntest ja zum beispiel jetzt mit dieser super version die jetzt da neu rausgekommen ist auch für die 1.12 kannst ja mit ford und mit world edit kannst du es ja in der privatwelt schon mal bauen in aller ruhe und dann machst du es einfach rein kopieren auf steam cities ja gut stimmt auch ja aber man muss es dann auch mit dem drehen und alles habe ich noch nicht so wirklich raus ja rotate also mit dem rotate befehl aber das sollte funktionieren also rein theoretisch du könntest auch theoretisch dann mario schicken weil die sind ja nicht so groß die dateien und dann so nach schematics art das dann darüber ziehen also das würde schon funktionieren machen ja ganz viele so also ich habe es immer getestet also wie gesagt also ist absolut lag frei oder so also die läuft absolut weil ich hatte ja davor mit der version arge probleme gehabt also entweder wollte ford nicht richtig mit ob die fallen dann hat das texture pack rum gespackt irgendwie dann das war richtig irgendwie so ich so was verzweifelt gesagt komm knall alles raus alles was da hast alles raus und dann machst du dann erstmal schön hier default rein und keine mods gar nichts mehr und dann habe ich jetzt durch zufall gelesen auf facebook und ich so war echt ja ist interessant neue version guckst du dir gleich mal an und läuft problemlos also auch gleich auf anhieb windows installer und gleich getestet perfekt habe ich dir geschickt den link ja habe ich auch bekommen ja also hast du nicht aber hast nicht gesagt dass das ding trotzdem abgespeckt ist die ist einfach so für langsame rechner weißt du wenn jetzt nicht ganz so guten rechners oder so extra so eine datei ist ja drin dass sie die also geschrieben worden so dass sie die auch für langsamere pcs nutzen kannst ist eine sehr sehr interessante geschichte was da jetzt passiert gerade aktuell auch dass sie das ein bisschen abstimmen vielleicht findet ja generell mein kopf ein interessantes spiel wenn man da halt wie gesagt einfach sich auch kreativ sag ich mal entfalten kann und und vielleicht das bauen kann wovon man eigentlich immer so träumt oder sich vorstellt weil du kannst ja schlecht in echt sowas nachbauen ja vor allem in der geschwindigkeit ja wobei so manch statik da würde ich mich auch fragen ja wie das denn dann aussahen würden ja alle häuser zusammenfallen also mich würde nicht wundern wenn aber auch so ingenieure oder architekten auch mit minecraft so ein bisschen darum richtig richtig weil das eigentlich auch für die ja auch interessant ist denke ich mal genau und in dem video was du mir sogar geschickt hattest da wo so ich glaube was voran das jetzt hier so minecrafter wo sie über die verkaufszahlen geredet haben und über diesen gesamten halb mit notch und so da hatten sie auch gezeigt ich glaube schweden war es gewesen da wird es ja auch so pädagogisch angewandt also im schulunterricht direkt und muss ich persönlich sagen weil ich ja auch so teils aus der pädagogik würde ich jetzt nicht sagen komme aber schon als seitenzweig einmal pädagogik hatte muss ich sagen das ist eine gute sache also das ist also ich würde das auch empfehlen ich sehe minecraft tatsächlich das hat einen pädagogischen nährwert gerade im bereich der kreativität geduld vor allen dingen zu lernen ja und so sachen so wer an die multitasking fähigkeit teilweise sogar zu werden also das sind schon viele sachen auch zum beispiel so leute die mit technik sowas gibt es ja tatsächlich auch dass zum beispiel kinder oder so nicht gar nicht so internet affin sind oder irgendwie so technik begeistert dass die smartphones brauchen oder youtube oder internetseiten und genau das ist ja wichtig im zukünftigen digitalen zeitalter dem wir ja durchaus entgegentreten also das ist ja dauert ja nicht mehr lange ja ich sage jetzt mal lasse fünf jahre jahre sein und dann wird sich die gesellschaft und der arbeitsmarkt komplett ändern ja aus mit meiner philosophischen sicht sage ich mal ziemlich überzeugt auch von da schließe ich mich dem herrn precht an und genau für diese zielgruppe ist minecraft ja dann eigentlich auch gut geeignet pädagogisch weißt das ist so dass man dann so sagt so ja dadurch gibst du den anreiz zum beispiel spielerisch sich mal mit dem internet und mit neuen medien auseinanderzusetzen zum beispiel durch let's plays videos mal machen ja zum beispiel mit einem schnittprogramm zu arbeiten was ist das eigentlich externe und in der so einem audio bearbeitung zum beispiel ja oder macht man das alles nur mit so einem programm wo alles schon drin ist beide spuren videospur und tonspur audiospur das ist halt so ne dass man die so ein bisschen daran bringt so thumbnails basteln mit photoshop dass man mal so ein bisschen da die aus der reserve lockt spielerisch das den anreiz haben weißt du ja dafür ist das aber trotzdem finde ich auch wichtig dass man aufpassen muss dass es halt nicht zum suchtfaktor wird dass die kinder und jugendlichen aber auch sag ich mal trotzdem nicht nur 24 stunden am computer hacken sondern auch so ein bisschen noch und mitbekommen was um sie herum passiert richtig also du meinst du die sozialen kontakte sozusagen auflegen ja das ist richtig dass man eben mit freunden auch was unternimmt oder eben zu freunden auch geht und was macht ist ganz kritisch ist ganz kritisch ich weiß nicht also ich hätte dir absolut rechte geben das hätte ich wahrscheinlich auch absolut als selbstverständlich angesehen wenn wir uns jetzt zehn jahre noch zurück befinden würden nur die letzten zehn jahre haben mir gezeigt und auch durch die als entspannungstherapeut zum beispiel wo ich meine ausbildung gemacht habe und wie man dann auch an das thema sucht generell angegangen ist ja also spielsucht zum beispiel ja das hat er natürlich bezogen jetzt nicht auf die spielautomaten jetzt von leuten die wirklich da geld reinschmeißen und so eine sachen und da wirklich in die bedrohliche kommen sondern vielmehr von leuten die jetzt weiß ich nicht wirklich den ganzen tag minecraft spielen oder ich kenne mich da jetzt nicht aus mit aber hier counterstrike oder was es da noch alles gibt und die dann wirklich die ganze zeit zocken und das ist halt die frage wenn die ich sag mal sich selbst nicht schaden dadurch zum beispiel das weiß ja selber hygiene also alles die grundbedürfnisse nicht vernachlässigt werden und dazu gehören natürlich die hygiene das essen die ausgewogene ernährung dass man auch mal in die frische luft geht dann sage ich es ist keine sucht dann ist es einfach nur eine einstellung wie man das leben gestalten will und wenn man so minimalistisch ist und sagt ich möchte in der virtuellen realität leben willst du das jemandem verbieten weißt du ja aber ich bin wie gesagt einfach so also ich würde nicht wollen dass mein kind 24 stunden am computer sitzt auch wenn draußen vielleicht auch schönes wetter ist oder so naja gut aber was ist denn wenn der ja nicht schönes wetter markt verstehst du also meinst du wie ich oder was ja also beispiel ja also wenn du kannst es ja weißt du der mensch ist einfach zu individuell und jeder hat eine ganz andere lebensauffassung von ihm was ihm wichtig ist im leben weißt du und so hatten wir sind wir uns in der ausbildung an dieses thema rangegangen da wo wir dann halt gefragt haben ja moment mal gibt es denn überhaupt sowas wie eine spielsucht oder gibt es überhaupt eine sucht ja wenn einer sagt so mensch ich möchte lieber so ein leben führen wie so ein eremit ich möchte lieber so in der wüste also ein beispiel jetzt sehr symbolisch einfach ganz alleine für mich sein ich will keine sozialen kontakte weil mich nerven menschen ohne jetzt ein großer missanthrop zu sein oder so weißt du willst du denen das verbieten das ist die frage weil von der gesellschaft her so ihr guck mal der kapselt sich ja ab dann ist so wieder diese ja volks solidarität ja da wurde so sagt so ja komm wir sind so eine gemeinschaft jetzt erhalten es ist noch so ein bisschen übergeblieben aber ansonsten also ich finde leben und leben lassen sowieso ist immer ein kurz gutes konzept und solange wie du niemanden schadest und wenn der wirklich sagt jetzt so als kind so ja ich habe jetzt schon die nötige reife um zu wissen dass ich jetzt nämlich nicht komplett gehen lassen kann dass ich jetzt hier wesentlich mein ganzes taschengeld unter schulden aufbaue oder so für ein spiel das ist das erste also der finanzielle dass man da nicht in den ruinen kommt dass eine andere aufkommen muss und natürlich so diese selbst so dass man so ja sich nicht so hygienisch irgendwie sagt man sagt wasch mich nicht mehr oder ich es nicht regelmäßig oder ich kümmere mich nicht um meine gesundheit dann ist natürlich kritisch dann muss man natürlich dann schon ein bisschen einlenken aber ansonsten wenn das alles gewährleistet ist sie ich da ehrlich gesagt mit einer heutigen einstellung da keine probleme mehr wenn einer sagt ich will den ganzen tag 30 stunden minecraft spiel mich interessiert alles andere nicht dann sage ich okay dann ist das so seine lebensphilosophie das möchte er am leben haben dann sage ich ist das okay aber was machst du wenn du irgendwann kein bock auf das spiel hat sag ich mal und dann hast du aber keine sozialen kontakte keine freundschaften oder so die was mit ihr unternehmen wollen keine leute die die schätzen oder so muss man von dem weil irgendwann kommt immer der punkt wo du dann einfach keinen bock hast zu spielen oder so richtig und dann hast du aber ein problem weil du sozusagen keine sozialen kontakte aufgebaut hast keine freundschaften zum wirklich nur eben vielleicht die virtuellen mit den du halt eben zusammen gespielt hast ich verstehe was du meinst ja aber ich denke ich glaube für die leute wird es dann aber auch schwer sein halt auf andere leute zuzugehen und leute kennenzulernen kennenlernen kannst du doch teilweise aber auch schon über internet also auch da ist doch gewährleistet dass man da jemanden kennenlernen weißt du also ich sehe das nicht kritisch heutzutage weil ich finde so diese vernetzung dieser wesentlich einfacher durch dieses neue medium internet neu in anführungsstrichen aber wenn wir davon sprechen dann ist das tatsächlich noch jetzt in diesem zeitgeist entsprechend und da ist es schon vieles einfacher geworden nicht nur die informationen auch die sozialen kontakte also man man ist einfach wieder vernetzt man auch wenn man sich nicht gegenüber sitzt aber man schreibt halt miteinander ja gut aber der persönliche kontakt fehlt ja dann ja aber bei uns war es doch aber genauso wir haben uns ja vorher nie gekannt nur über die film community im ende aber wir haben uns ja irgendwann dann auch getroffen wir haben uns dann getroffen richtig und so wird es dann schätze ich auch sein also oder oder anderes beispiel stellen wir vor jemand hat eine freundin die halt wirklich was mit einem unternehmen will und aber derjenige sitzt dann nur 24 stunden am minecraft spielen ja das müssen die vorher hast dann das muss das muss man vorher natürlich klären das ist ganz klar also das ist also man sollte ihnen eine beziehung eingehen wenn das vorher alle abgeklärt ist weil ich will weil ich kenne das nämlich so wenn ich eine freundin hatte musste ich mein bus hobby ein bisschen zurückschrauben weil sie natürlich auch was von meiner zeit wollte ja also normal und das finde ich eigentlich auch schon wichtig und da kann und da kann ich nicht sagen ja hast pech ich will busse fotografieren muss doch nicht verzichten doch krass kann ich ja auch nicht machen das stimmt so jetzt hier aber denke ich mal ein interessantes thema war ja auf jeden fall also ein spannendes thema da wird sich auch denke ich noch einiges an gesprächsstoff bereitstellen von diversen leuten weil wie gesagt die digitalisierung die ist ja voll im gang und da wird sich noch einiges ändern also da denke ich ja ganz klar so jetzt mache ich bin jetzt erzählen erst mal so dann machen wir das auch mal in dieser folge hier zack nach war habe ich den noch auch den habe ich sogar noch den den home punkt schön weil ich wollte dann gleich mal im admin shop gehen alles was überschüssig ist da mal verdatteln dann ist stattdessen schon mal weg und ach ist auch schon wieder voll betrieb hier volle hütte konsumtempel so holzwaren was ist denn keramik wo ist es sand oder wie die keramik so wollen wir mal gucken bei sand oder was ist es bei dem typen der sand so ja gut dann wird glaube ich doch zum planierer gehören ist planierer glaube ich auch wie ich vermutet habe gebrennter tun aber gut wie oft findest du eine mesa sage ich mal so ja das ist selten also ich glaube ich bin mit bergmann doch schon am besten bedient steine hier naja mein gott wow ich habe jetzt 360,9 so ich bringe jetzt auch erstmal meine sachen nach hause wenn inventar für mich auch schon verstopft und mein rucksack das ist greckbau und das ist twister sieht sehr interessant aus kunterbunt hallo twister wo bist du denn jetzt schon hier ja keine ahnung wer twister ist der wer hüpft ach so schön wo bist du denn jetzt schon hier bist du hier in der mesa vor mir gibt es ein bisschen brot bist du hier in der mesa oder was ne ich mach hier oben warte ich komm ab jetzt hier komm hier wird mich vollgestopft hier was denn da los hier mega fussel mein gott ne hier das ist ja aufregend ja kapp gerade von ich schätze mal war eine dame gewesen also sagt zumindest vom skin so aus so kunterbunt oder war ein paradiesvogel ich weiß es nicht habe ich gerade zwölf mal kohle bekommen und sechs mal redstone also wenn du willst kann ich dir das gerne geben ja gerne das ist gleich nicht nein das ist schön so und jetzt zur mesa zurück ach es ist wieder alles aufregend hier so ich weiß gar nicht wie ich jetzt da zurückkommen soll tpa ach so zu dir wieder genau da musst du mich wieder ja müsste ich gerne noch haben den befehl im tps war es glaube ich gewesen aber gut erst mal wo ich noch hier lernen ja ich bleib hier einfach mal ganz gechillt stehen und trinkt mal einen schluck was ist omas apple strudel omis apple strudel aus der dose schorle g spritzt oder so gespritzt acht gegen nicht g sondern gespritzt naja ist auch eine deutsche oma ist ein vegan trank war in der brandnews box drin da hast du auch mal mit ausgepackt diese box ja wir bestellen ja mal die brandnews box und erhoffen uns irgendwie interessante konsumgüter in form von lebensmitteln aber da ist dann auch mal sowas drin wie omis apple strudel das ist lecker lalalala so was mache ich denn jetzt hier ich glaube ich fahr mal noch ein bisschen ich bräuchte aber eigentlich mehr gelb als ja pass mal auf dann nehme ich jetzt hier nur noch das gelbe mit davon brauche ich ein bisschen mehr ja so viel lustig ich finde das immer witzig wenn dann so leute durchs video wackeln und dann auf einmal so merken so hoch der nimmt das ja auf und dann sehen sie sich auf youtube dann freuen sie sich ich freue mich auch immer wenn andere leute so jetzt videos machen würden von dem server hier und ich gehe in den admin shop rein oder hüpfte mal so oder verteile ein bisschen brot und dann bin ich zu sehen dann freue ich mich auch dann sage ich gleich so hallo hast du brot nein ich schmeiße dann immer brot hin ich bin dann immer so ganz sozial und dann denke ich immer so menschen haben bestimmt hunger nach ihrer langen reise in den abbauwelten auf eldercraft und deswegen hast du immer eine stulle für die parade so eine schöne alte salami stunde so eine alte salami stunde ja naja ich hatte mal so ein texturpaket gehabt aber auch das sah so aus wie so ein brot dann so wie so eine salami stulle da musste ich irgendwie immer so an die schulzeit denken aus der klassischen brotbox und dann hast du dann immer deine salami oder käsestunde raus geholt ja auch hier nur teller das war ja mal ungesund für die zähne taris und bactos und so ne kennst du doch bestimmt auch noch ja kenn ich so diese brotboxen und so ich schick dir meine tpa ja mach das mal ok so machen wir mal tps 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 hallo hallo jetzt steht er auch noch in mir drin ja ich geh da drauf marco ja uch das ist ja auch schön hier ja ich hab ein bisschen planierer gespielt bei mir sah es aber auch nicht anders aus also auch ein holzfäller will man planierer sein so stimmt ich bin ja hier genau hier unten gewesen ja deswegen sage ich ja ich sehe dich ja von hier oben da ist ja dein name weißt du mein name ja wenn ich jetzt so runter gucke dann sehe ich dich jetzt bewegst du dich grad und wuselst da rum Ja, bumm, sie zeigt genau Wacht, Mann, ja Herrlich So Gut, jetzt hat hier schon wieder Keramik drin. Ach, hier, Mensch, guck mal, ich wollte dir doch hier den, ach, wie liegt die nachher? So Ja, ja, jetzt lege ich mich auch mit Endermännern an Oh, die sind wertvoll, die Enderperlen Kannst du gut verkaufen, glaube ich Ich habe, wie jetzt im Endman-Shop, oder? Ne, ähm Ah, zwei Skalette Ähm Ja, ich meine, kann ja sein, dass auch andere Besucher hier vorbeikommen und sich hier den Dec so streifen Jetzt brennen sie auch noch, naja Ja, aber mit dem Godmode, da legt man sich auch gern mal mit dem Enderman an Ach du, ich mach das auch ohne, also Also das Einzige, wo ich so meine Probleme habe mit Minecraft-Monstern Ist wirklich, ähm Der Enderdrache Okay Mit dem habe ich so meine Probleme irgendwie, weil Ich weiß auch nicht, das ist, also klar Man hat diesen Trick, ne Den man da anwenden kann, dass du ihn so schneller bekommst So, indem du ihn dann hinter sich stellst Und dann immer mit dem Schwert dann so ein paar Hiebe gibst Aber Ich finde den Wizard, wenn du weißt, wie es geht Finde ich den wesentlich einfacher zu besiegen Als, ähm Den Enderdrache, also so, wie gesagt Also ich mach das ja mal im Nether, wenn ich so den Den Wizard mir kalt mache, weißt du Ja Und dann lass ich den oben am Bedrock irgendwie so spawnen Sodass er nicht viel kaputt machen kann Und dann erst mit Pfeile volles Kanne ruf Und dann zum Schluss nochmal mit dem Schwert Und, also wenn er dann seine Rüstung hat Und dann ist perfekt Ja, die Creeper nutze ich ja aus Zu meinem Besten Wenn ich irgendwas freiräumen müsste Ja Dann lass, da locke ich immer ein paar Creeper hin Und lass die dann explodieren Okay Ja, so geht's auch, wa? Ja Aber wo findet man eigentlich die meisten Erze? Ich glaub in der Wüste, wa? Die meisten Erze? Also das meiste Gold Wirst du hier in der Mesa finden Weil das ist jetzt so neu Dass in der Mesa die Prozentzahl Von der, ähm Wenn es generiert Äh, an Gold Mehr geworden ist Also das ist irgendwie Also das ist so richtig verrückt Also deswegen auch die Minen zum Beispiel Die ist ja die einzigste Biom Wo die Minen an der Oberfläche sind Okay Also es könnte durchaus sein Dass hier irgendwo langlatscht Durch die Mesa Und auf einmal entdeckst du Schienen Und, ne Also das ist eine interessante Sache Das ist schon wie eine Mine erkunden Oh Gott Naja, genau Na es gibt ja jetzt auch irgendwie Diese Mega, äh Mesa, oder? Eine Mega Mesa? Na mit diesen riesen Bergen Diese riesen Berge hat Weiß nicht wie man das nennt Das ist so ein Biom Zusatz Ach, als Zusatz Ja, da gibt's diese Oh, die heißen die Spring Mesa Oder so mit so einer Ganz spitzen Bergen, ne? So ganz dünn So die so aussehen So wie Kackstifte Ja Ja, das ist richtig Das gibt das Beim Ocean wird ja Es gibt ja auch Verschiedene Varianten Einmal zugefroren Dann normal Ja Das stimmt Aber das wär doch auch mal Die Idee So ein riesen Gebäude bauen Wo man so ein Minecraft Museum reinbaut Ja Marco Ja So wo man die Biome alle macht Die Monster Die Werkzeuge Das hab ich doch schon War's echt? Ja, hab ich gemacht Wo denn? Und zwar hatte ich eine Tutorial-Welt Ich glaub das Video ist doch sogar Auf WaterCaveCrafterOnline, oder? Ich hab's nicht gesehen Ich weiß es nicht Also ich hab auf jeden Fall Hab ich ein Video Da drüber mal gemacht Oder ich wollte's machen Oder so Ich hab aber die Map noch Und da hab ich ein richtig geiles So ein bisschen So in diesem Londoner Also in diesem Englischen Architekten-Style So ein bisschen Ält Ich will jetzt nicht sagen So irisch Also Ah, schwer zu beschreiben Also schon so ein bisschen Mittelalterlich Aber jetzt nicht so Komplett verschnörkelt Oder so Und da drin hab ich dann Wirklich so ein Museum gebaut Und Da hab ich komplett Alle Monster drin Und zwar hab ich die KI Rausgenommen Von den Monstern Weißt du Dass zum Beispiel Ein Creeper Nicht explodieren kann Sondern ich hab ihnen Das Gehirn quasi geraubt Kannst du ja machen Mit einem Befehl Achso, doch Das hab ich gesehen Das war glaube ich In deiner Let's Play Welt Sogar, oder? Genau Ich hab's dann auch Später in die Let's Play Welt Gemacht Also ich hab's erst vorgebaut In so einer Flat Map Wo ich gesagt hab So probierst du mal ein bisschen Und dann hab ich's In der Let's Play Welt Übernommen Genau Ne, aber ich meine Jetzt wirklich so ein richtig Großes Museum Mit allem drum und dran Alle Steinsorten Alle Werkzeuge Ja, natürlich Kann man machen Alle Items Kann man machen Klar Und irgendwo versteckt In der Ecke Steht Hero Brine Der gehört ja unbedingt dazu Die Legende um Hero Brine Und da kann man noch versuchen Irgendwie Den Macher von Minecraft Nachzubauen Ja So als Statue Hatte ich auch mal gehabt Notch So ne Adventure Map war das So gnädiger Notch Oder so Das war so ein Temple of Notch Hieß das Ist auch auf dem Kanal Bei mir zu finden Aber wär das nicht auch mal Ne Idee Was wir vielleicht Gemeinsam bauen könnten Auf dem SimCity Server Ja Macht natürlich viel Arbeit Aber Klar Wir kommen Command Blöcke Die können wir da alle benutzen Aber es macht halt viel Arbeit Also ich hatte da wirklich Ne ganze Weile dran gesessen Okay Um das dann halt zu machen Weil ich wollte es dann auch immer so Wo die Monster halt auch vorkommen Das ist möglichst so Wie im Zoo Weißt du So ein Gehege Ich weiß Hab ich gesehen Dass es auch nicht Und war natürlich schon immer ein bisschen anstrengend Aber sah geil aus Muss man sagen Ja 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 in der letzten Let's Play Welt Stimmt Da hatte ich das Von der 2016er Da hab ich es reingebaut In Dschungel war das gewesen Boah Also reingebaut oder reinkopiert Weiß ich ja nicht Äh gebaut Das hatte ich gebaut Ja Aber hab ich auch mit WorldEdit dann gemacht Wäre auch ein bisschen heftig gewesen Wenn du das im Survival machst Ja ich weiß nicht Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen So auf der einen Seite sage Ja das ist verdammt praktisch WorldEdit zu benutzen Gerade wenn du so eine riesen Flächen immer hast Zum Beispiel um sie zu begradigen Ja Andererseits finde ich Geht der Reiz von Minecraft ein bisschen verloren Ja Du hast dann zwar immer schön was So für ein Let's Show Was du zeigen kannst Ja du hast jetzt hier was gemacht Zum Beispiel dein neues Gebäude Was ich mir Du hast das auf Facebook glaube ich War es gewesen gepostet So mit blauen Scheiben Also es war auch Ja Absolut Ich wollte eigentlich noch antworten Ich weiß noch nicht mal Ob ich es geliked habe Ob geliked hast du Achso weil es war Da lag ich schon abends in der Bette Wisste Und Äh Da war ich so müde Und Da wollte ich das halt einfach Eigentlich noch was zu schreiben Weil ich fand Das hast du so episch gebaut Dave Ey das sah so geil aus Ich habe auch sofort gesagt So Oh Das ist was für Team Cities Und Spiriotopia Aber das kennst du doch schon Das Gebäude Ja aber das sah irgendwie geil aus Nochmal Also weißt du Ich habe es einfach nur noch mal In dieser Minecraft Deutschland gepostet Weil ich mal sehen wollte Ob da irgendwelche Resonanzen kommt Aber so wirklich kommt da nicht Also abgefahren Ich fand es auf jeden Fall richtig geil Also Hast du einfach noch mal gesehen Das ist sofort in mein Auge gestochen Und ich so Boah Das ist ein geiler Baustil Und ist einfach mal so selten Und einfach mal was ganz anderes Und das fand ich wirklich richtig episch Ja das ist aber Bisher mein Baustil Und deswegen habe ich auch so ein Problem gehabt Jetzt mit meiner Butze Hätte ich da nicht deine Hilfe gehabt Ich glaube ich hätte es nicht so wirklich hinbekommen Also ist schon Weil ich halt anders baue Ja ist klar Wenn du komplett futuristisch baust Und dann auf einmal jetzt anfängst So naturbelastend zu bauen Da ist ja natürlich schon ein kleiner Unterschied Ja nur ein kleiner Sehr kleiner Ja jetzt kleiner Erst jetzt Quarzblöcke Und dann auf einmal Jetzt denke ich daran Hier mit Eichkreuz rum zu aktieren Aber ich verspreche meinen Zuschauern Das wird nicht öfters passieren Ja das ist ja gut Also meine Metropole Wird jetzt nicht so gebaut werden So alles abreißen Neubauen Ja nee das ist schon toll Ich finde halt der Charakter Geht mit WorldEdit So ein bisschen verloren Also bei Flächen Und so Begradigungen Ist klar Wenn man einmal Ich habe es ein einziges Mal gemacht Bei dem Projekt Let's Build Bunker Was ich gerade hatte Wo ich den Original nachgebaut hatte Wo mir leider die Map zerschrottet ist Durch diese scheiß Snapshot Version Wo ich aber selber schuld bin Wollte ich gerade sagen Da warst du ja selber dir Erinnere mich nicht daran Aber egal Hat man sowas auch mal erlebt Das sind so Ja das lernt man halt dann Und da habe ich das ein einziges Mal gemacht Da habe ich die ganze Fläche Wirklich komplett abgerodet Im Survival Und ich so Die Tastatur hat geschwitzt War richtig krass gewesen Und da kannst du dir jetzt vorstellen Was hier Dagi Let's Build Hogwarts Für eine Menge Arbeit hatte Der hat ja auch alles Im Survival begradigt Da ist nix mal ein Creative oder so Alles im Survival Mode Und das ist absolut Respekt Ja deswegen hat er auch Mein vollen Respekt Richtig Und wir hatten uns ja damals Darüber unterhalten gehabt Als er noch in der Film Community war Und da habe ich gefragt Ey Dagi jetzt willst du das echt Jetzt machen hier durchziehen Und er so Ja ich mache das Selbst wenn ich dann schon Kinder habe Ich mache das weiter Haut daraus Ich so Abgefahren Der Typ der ist korrekt Der ist lustig Ja Wir haben ja immer noch Kontakte Ein bisschen Der kommentiert manchmal Die Livestreams bei mir Also der ist auch nicht abgehoben Oder so Jetzt hat er ja auch schon Voll viele Abonnenten bekommen Aber der ist überhaupt nicht abgehoben Also mit dem kannst du dich Immer noch ganz gut unterhalten Ja Und finde ich cool Ist ein feiner Kerl Und hat auch eine coole Community Finde ich Die er sich aufgebaut hat Ja Und Respekt vor den Idult Also ich weiß nicht Ob ich die in Idult hätte Ich hätte die nicht Ich kann es jetzt schon sagen Also ich hätte schon Von Anfang an Also ich hätte glaube ich Schon nach einem halben Jahr gesagt Ich habe keinen Bock mehr Ja Also diese Geduld Echt Respekt Ja Respekt Also das denke ich auch Also das ist wirklich cool Das finde ich geil Es sind halt nur Leute Die Minecraft lieben Und so eine Projekte Und Und ihr habt es auch verdient Sag ich mal Diese Abonnenten Und diese Finde ich auch Also ihr habt es richtig verdient Finde ich auch Aber man hat ja gesehen Bei deinem Buch Da war ja Folge 100 Schluss Ja da war Folge 100 Schluss Scheiße Das war Da habe ich so gefreut Zum Glück stand Zum Glück hat man erkannt Dass er es war Ja aber Er war noch nicht fertig Der war noch nicht fertig Komplett in deine Richtung Stift Die hat dir fehlt Aber zum Glück hat man es Von außen gesehen Man wusste okay Es ist die Reinhardstraße Ich habe mich noch gewundert In der Zeit Ich habe Folge 100 gesehen Und so okay War das jetzt das letzte Video Oder so Oder warum kommt nichts mehr Habe ich mir noch mal Das Video noch mal angeguckt Habe ich irgendwas verpasst Habe ich irgendwie das Ende Nicht richtig gesehen Ja richtig Ich habe ja nur so eine Sache Naja Ich finde es immer witzig Ja ja So läuft es Ja das ist genauso Wie mit Captive Ja also ich und Drachen Das können wir ja wirklich sagen Sind die einzigsten Deutschen Let's Player Auf YouTube Zumindest die Die wir entdeckt haben Die wirklich die Geduld Und Ausdauer hatten Captive komplett durchzuzocken Ohne zu cheaten Ohne sonst die geht Ja und das war wirklich Auch eine Herausforderung Deswegen sind wir auch Die einzigsten Die Ich glaube Captive 3G 50 folgen Oder so Oder vielleicht sogar noch mehr Ich wisst es ja nicht genau Aber das hat ja ewig gedauert Bis du dann zum Schluss Die ganzen Goldblöcke Da für diesen Fullbeacon Zusammengesucht hattest Weil ich wollte dann Mit den Villagern Traden Und auf einmal Sind die mir Abwehrhauen Und die Zombies Haben meine Villager Infiziert Infiziert Ja Nein Das kann doch nicht sein Und ich hab schon gesehen Okay alle Projekte Sind gecancelt Jetzt müssen wir Captive 3 fertig machen Ey Ach das Scheiße Ich muss sagen Muss ich dem leider Widersprechen Aber es ist halt immer Geschmackssache Und Geschmack liegt immer Im Auge des Betrachters Und es subjektiv zu werden Und ich hatte voll Spaß Mit Captive 3 unter Wasser Also ich fand das cool Ja gut aber ich muss dazu sagen Man muss immer bei Minecraft sehen Es gibt verschiedene Minecraft Spielertypen eigentlich Die Spielmodis Ja genau Also das ist wirklich Verschied Also das ist ein Spiel Aber doch sehr unterschiedlich Von den Spielern her Dass jeder Also dass es doch so Verschiedene Spielermoodis gibt Ja es ist richtig Also Und ich würde mich jetzt Ganz klar eher zum kreativen Bauen So Architekt sozusagen Ja Weil ich einfach Ich liebe es Gebäude zu bauen Auch eben so ausgefeilte Gebäude Wie dieses Was du ja da gesehen hast Blaue Das sind die Grazgebäude Das Blaue Ich bin einfach wie gesagt Der kreativ Oder eben auch so Fahrzeuge Design Die auch wirklich gut aussehen So LKWs Oder Feuerwehrautos Das ist so mein Steppenpferd Ja Deswegen Also ich hätte auch gar keinen Spaß Irgendwie an so Captive oder so Okay Ja also ich versuche immer so Dass alles ausgewogen ist Also PvP Klar habe ich auch schon mal probiert Und hier mit Bad Wars Und die ganzen Sachen Aber ich finde das ist eher so Wisst ihr So für die ganzen Zappelfelippe So für die ganzen Jüngscheren Minecrafter Die das jetzt nicht ganz so Ich sag jetzt mal Ernst Betreiben Wie ich vielleicht Ähm Oh wir haben schon wieder Besuch gekriegt Komm aus dem Hinterhalt PvP Ich schieße dich ab Ich verstecke mich jetzt Ah Oh das sind Mädchen Mach ich nicht Biggie hallo Biggie Aber ist die blind Biggie Biggie Was machst du da Hey Die farmt hier mit Vielleicht hätten wir uns gesehen Was ist denn das hier Komm jetzt kriegst du ein Brot von mir Biggie bleib stehen Komm Hier ich bin Watercap Hallo Biggie Wieso Was hat die denn da Wieso blubbert denn Wieso Was Die blubbert Biggie 07 blubbert Wo bist du denn jetzt Hier guck mal Ich geb dir jetzt erstmal ein Brot Hier Biggie Wo bist du denn jetzt Bist du woanders Die will mein Brot nicht Ja lass ich sie vergammeln Wo bist du denn Marco Ach Ach da oben Da oben bin ich Ja jetzt Biggie Biggie farmt hier mit Und ich hab ihn auch Irgendüber gefarmt Ja Hätte nicht viel gefehlt Und okay Fühlst du dich voll bedrängt Dave Das war wieder ein geiler Ach Ach komm Lassen wir sie mal Aber guck mal hier Das sind die Planierer Siehst du So sieht das aus Also Biggie hat ja Ganze Arbeit geleistet Schau mal Geht ja ordentlich Abgefahren Ist ja verrückt Also auf jeden Fall Geht's jetzt langsam los Hier mit dem Mit der Misa Ja also wir sind hier Nicht alleine Da siehst du Jetzt denke ich hier Ich hab ja was geiles Gefunden Und auf einmal Kommt jeder zweite hier hin Ist ja unglaublich So Dave Ich würde sagen Die Folge ist mal wieder Grenzenlos Und der Klubbert Ist sogar wirklich Grenzenlos überzogen Weil wir sind jetzt Bei 34,37 Sekunden Äh ja Minuten Und dann kommt noch Ein Intro davor Also ich glaube Jetzt ist Arsch offen Na super Das heißt also Es geht weiter Mit der nächsten Folge Bis dann Ciao 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 Ciao